Ich will ein Video machen. Ein Video? Ja. Aber das sieht mir eh nix. Guck wie dunkel das ist. Super scheiße. Das finde ich gescheit leuchtet. Dann geht der Lichtbesuch. Den Floh sieht mir... Ey, so hört auf. Was? Das wäre noch. Ja, ich halte es mir genau nach dem Mund. Ja. Nein. Du musst auf die Dienste. Kommen wir denn auf. Der Schlauch wird nicht vom Mund weggenommen. Nicht jeder, wie der Schlauch bleibt. Das ist das Ding, der hier ist. Halt auf der Zahn. Ist dein Zeug. Eins. Oh nein. Zwei. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der Scham kommt schon hoch. Der Scham kommt schon hoch. Jetzt geht es einem von nein aus. Ich muss heimplatten. Heimplatten. Ja, schau. Warum das? Weil kein Kunde drin ist oder das? Weil... Ach so. Das ganze Wasser haben wir noch nicht. Die ganze Kunde drin. Hä? Die ganze Kunde drin. Oh nein. Ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren. Habt noch einen. Und meiner flogen. Die Karina will noch. Die Karina will noch. Autsch. Kann ich die Blau mit trinken? Nein. Nein. Ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren. Und Flumpf. Hören wir auf mit Ihnen. Und wie fühlen Sie sich? Mh. Mh. Ich muss noch ein wenig Kohlenzater drin. Mh. So. Jetzt langsam. Üben hab ich für die Suche schon. Geh mal rüber. Ja, ich war auch schon dort gesessen. Ja. Juhu. Ah. Wie leuchtet die Philippa? Aber auch ein Feigling. Leider. Leider. Bei dir ein Feigling klingt gut. Ein Flumpf wird bestimmt noch ran. Was ist denn das Verbrechen? Also nimm mal wieder rüber. Warte. Ja. Feigling. Mann auch. Ich hab sowas getan. Echt? Jetzt hör halt auf mich die ganze Zeit noch aufzureuchten. Stopp dich. Na? Na scheiße. Na scheiße. Na scheiße. Na scheiße. Na scheiße. Na ja. Na ja. Ich nehm mal aber warum die Zeit und. Was ist Zeit und? Ey. Warum Zeit und Jieren hat er in das? Ey was? Ja, im gesunden Sportverein. Wiss. Was ist denn das nicht von Zeit? Zeit für einen. Zeit für einen. Zeit für einen. Hast du das nicht mal auch zu erleuchten? Nein, bis es aus ist. Zeit für einen. Ja, genau. Nipp, nipp. Boah. Sabina. Was sagen Sie dazu? Flammenverfremdlich, genau. Und Flamme schließen. Alles fit? So ein Ding brauchen wir auch. So ein Ding brauchen wir auch. Es geht weg im Nitz, ey. Schleifst du auf Schnupf? Ja. Am Anfang, du wärst fast durch die Baggen rauskommen, aber dann auf einmal. Ja, du hast voll die Baggen aufgebrochen. Oh mein Gott. Wormitt im März von Eiskunden ist Goldwasser. Hm. Das ist schon mal an, das ist schon leer. Das ist ja legal. Der hat wieder gestaltet. Der hat noch mal gefeiert, 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 der hat noch mal gefeiert. Der hat noch mal gefeiert, der hat noch mal gefeiert, der hat noch mal gefeiert.